Fußballer André Schürle ist frisch verliebt. Sie heißt Anna Scharibowa, kommt aus Kasachstan, hat Architektur studiert, lebt und arbeitet allerdings in Berlin. Und ist natürlich, wie fast jede Spielerfrau, Model. Wie sie und Schürle sich kennengelernt haben, ist bisher nicht bekannt. Anfang des Jahres sollen beide ein paar gemeinsame Tage in Dubai verbracht haben. Nun spricht der Sportler auch offiziell über die neue Frau an seiner Seite. Nach seinen beiden Toren im WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan sagte der 26-Jährige im Interview mit Bild, seit Jahresbeginn ernähre ich mich noch bewusster und gesünder. Meine Freundin Anna hat mich darauf gebracht. So so, sie hat also positiven Einfluss auf den Fußballprofi. Gemeinsame Pärchenfotos konnten wir leider noch nicht entdecken, aber die werden sicherlich bald folgen.